Wir schauen mal, was hier los ist im Segment der Nachrichten. Aus der Zeit. Joe Biden ist offen für einen wohlmöglichen Rückzug. Der US-Präsident denkt mehreren Medienberichten zufolge über einen Verzicht auf die erneute Kandidatur nach. Sein Wahlkampfteam dementiert allerdings. US-Präsident Joe Biden schließt seinen Rückzug aus dem Präsidentschaftswahlkampf über einstimmenden Medienberichten zufolge offenbar nicht mehr kategorisch aus. Biden nehme die Forderung ernst, als Kandidat der Demokraten zurückzutreten, sagt mit der Angelegenheit vertrauten Personen laut Nachrichtenagentur Reuters. Dem Bericht zufolge gingen mehrere wichtige Vertreter der Demokraten davon aus, dass ein Ausstieg nur eine Frage der Zeit sei. Die ehemalige Sprecherin Nancy Pelosi sagt laut einem Bericht der Washington Post mehreren Parteifreunden, sie glaubt, dass Biden recht bald davon überzeugt sein könnte, aus dem Präsidentschaftsrennen auszusteigen. Sie bezweifelt ernsthaft, dass er im November gewinnen könne, zitierte die Zeitung drei Politiker der Demokraten. Pelosi gilt nach wie vor als äußerst einflussreich in der Partei. Ihr wird auch ein enges Verhältnis zu Biden nachgesagt. Sie hat sich öffentlich bislang zwar nicht offen gegen ihn gestellt, ihm aber auch auffallend nicht den Rücken gestärkt, sondern erkennbar ausweichend auf entsprechende Fragen reagiert. Die New York Times meldet Biden, habe aus Sicht von ihm mit nahestehenden Personen damit begonnen, sich mit Gedanken abzufinden, dass er im November möglicherweise nicht gewinnen könne und aus dem Rennen aussteigen müsse. Die Zeitung zitiert eine der Personen, die sagt, dass die Realität Einzug hält und es keine Überraschung wäre, wenn Biden bald zugunsten der Vizepräsidentin Harris abtrete. Eine Entscheidung sei doch bisher nicht gefallen, schreibt die Zeitung unter Berufung auf eine weitere Person. Laut dem Reuters-Bericht sagt ein Insider, Zitat, Ich weiß mit Sicherheit, dass es eher tatsächlich in sich geht. Er denkt sehr ernsthaft darüber nach. Ein weiterer Insider bei den Demokraten sagt demnach, Biden habe nach den Rücktrittsforderungen die Zeichen der Zeit erkannt. Zitat, Es fühlt sich so an, als wäre es eine Frage des Wann und nicht Ob. Wegen einer Coronavirus-Infektion befindet sich Joe Biden derzeit in Isolation. Der Präsident müsse deshalb mehrere Wahlkampftermine absagen. Bidens Wahlkampfteam dementierte Erwägungen über einen möglichen Rückzug. Der stellvertretende Wahlkampfleiter Quentin Fulks sagte, der Präsident sei nicht unentschlossen und habe seine Entscheidung getroffen. Joe Biden hat gesagt, dass er für das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten kandidiert. Unsere Kampagne schreitet voran. Ähnlich äußerte sich New York Times auch der Vertreter der US-Regierung. Sie sprachen demnach von einer koordinierten Kampagne bei den Demokraten, um den Druck auf Biden zu erhöhen. Sie sagten, Biden höre sich die Bedenken an und nehme sie ernst. Seine Meinung über einen Rückzug habe er jedoch nicht geändert. Er habe deutlich gemacht, dass er entschlossen sei, an der Kandidatur festzuhalten. Biden steht wegen seinen hohen Alters und Zweifel an seiner geistigen Verfassung bei Parteifreunden in der Kritik. Nach dem Attentat auf die Republikaner Donald Trump bei dem Wahlkampfauftritt am Wochenende war die Diskussion über Bidens Kandidatur kurzzeitig in den Hintergrund gerückt, kehrte wenige Tage später aber wieder deutlich zurück. Nach mehreren anderen weniger bekannten Parteikollegen rief inzwischen auch der prominente demokratische Abgeordnete Adam Schiff Biden öffentlich auf, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen. Schiff gilt als enger Vertrauter Pelosis. Die Washington Post berichtet zudem, der frühere Präsident Barack Obama habe vertrauten Personen gesagt, dass Bidens Chancen auf einen Wahlsieg stark gesunken seien und diese sein Festhalten an der Kandidatur überdenken soll. An der Strategie des republikanischen Herausforderers würde ein Ausstieg Bidens nach Angaben des Beraters von Trump nichts ändern. Zitat, ob Joe Biden, Kamala Harris oder irgendein anderer, das steht hier so, ich ziehe das, unity, unity. Ich möchte das kurz unter der Prämisse vorschlagen, dass es ein unity Zusammenhalt weniger radikal sei. Zitat, ob Joe Biden, Kamala Harris oder irgendein anderer radikaler, liberaler Demokrat, sie alle sind verantwortlich für die Zerstörung unserer Wirtschaft und den Zerfall unserer Grenzen. Ah, diese gemäßigten Republikaner, sagte Jason Miller am Rande des Parteitags der Republikaner in Milwaukee. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ein Analyseartikel aus der Tagesschau zum Auftritt von Donald Trump. Es war die große Trump-Show in Milwaukee und doch verlief sie anders als geplant. Der Republikaner wollte sich mit seiner Rede als Versöhner zeigen, doch das klappte nur bedingt. Donald Trumps Team hatte diese Rede als Versöhnungsrede angekündigt. Es sollte um unity gehen, um Einigkeit. Trump wollte sich staatsmännisch geben. Die Rede fing auch tatsächlich sehr versöhnlich an, unter anderem mit dem Versprechen, er wolle der Präsident aller Amerikaner sein, nicht von halb Amerika. Die erste halbe Stunde blieb er offenbar weitestgehend beim vorbereiteten Text. Doch mit zunehmender Redezeit klang Trump zunehmend wie bei früheren Wahlkampfauftritten. Er sprach mehrfach von einer Invasion an der Südgrenze, zeichnete ein apokalyptisches Bild der USA, sprach von Wahlbetrug und warnte, die Welt stehe am Rande von Weltkrieg 3. Zur Erinnerung, das Motto des Abends lautete Hoffnung und Optimismus. Zu Beginn der Woche, als Trump sich zum ersten Mal nach dem Attentat auf ihn wieder in der Öffentlichkeit zeigte, wirkte er blasser, gedämpfter als früher. Als er heute die Bühne betrat, war das schon wieder anders. Zu Beginn der Rede erzählte er noch im verhaltenen, fast flüsternden Ton, wie er das Attentat auf ihn erlebte. Und er ist heute dem verstorbenen Zuschauer, Feuerwehrmann Corey Comparate, Tribute. Dessen Helm und Uniformjacke hatte die Parteitagsregie auf der Bühne aufgebaut. Und Trump küßte sogar den Helm. Doch spätestens ab der Hälfte war die Rede der kraftvolle Wahlkämpfer Trumps zurück. Es dauerte fast 40 Minuten, bis Trump den amtierenden Präsidenten Joe Biden beim Namen nannte. Biden sei ein schlechter Präsident als die zehn, oh Gott, ein schlechterer Präsident als die zehn schlechtesten Präsidenten zusammen addiert. Die einflussreiche Demokratin und frühere Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, nannte er einmal Crazy Nancy Pelosi. Politisch machte Trump die Demokraten unter anderem verantwortlich für die hohe Zahl an illegalen Grenzübertritten, die hohe Inflation, aber auch dafür, dass der Iran kurz vor der Fertigstellung einer Atombombe stehe. Obwohl es Trump war, der als damaliger Präsident der USA den Atomdeal aussteigen ließ. Die Demokraten dürften solche Angriffe wohl mehr freuen als ärgern. Sie hatten darauf gehofft, dass Trump an dem Versuch scheitert, den Versöhner zu geben. Im Saal in Milwaukee gab es viel Applaus und Jubel. Aber Trumps Rede zog sich rund anderthalb Stunden. Und mit zunehmender Dauer stieg die Unruhe, die oberen Ränge begannen sich gegen Ende zu leeren. Wichtiger ist ohnehin die Rede außerhalb des Saals. Im Fernsehpublikum, insbesondere bei den umkämpften Wählerinnen und Wählern der Mitte. Die Parteis Regie hatte sich vier Tage lang große Mühe gegeben, einen neu verpackten Trump zu präsentieren. Einen Versöhner, der auch moderate Wählerinnen und Frauen ansprechen soll. Dass Trump selbst in seiner Rede mit zunehmender Dauer mehr und mehr in schwarze Mahnerei und scharfe Rhetorik verfiel, ist da vermutlich eher kontraproduktiv. Trump mag große Shows und er bekam vier Tage lang eine große Show. Am Abschlusstag, vor seiner Rede, riss sich unter anderem Wrestling-Ikone Hulk Hogan ein T-Shirt vom Leib und nannte Trump meinen Helden. Ja, das ist wirklich passiert. Hulk Hogan reißt sich legit ein T-Shirt vom Leib und spricht von... Also das ist... Wenn ich es nicht gesehen hätte... Ich zeige euch das mal. Wie absurd das ist teilweise. When they took her at my hero And they tried to kill the next president of the United States Enough was enough And I said, let Trump-A-Mania run wild, brother Let Trump-A-Mania rule again Let Trump-A-Mania make America great again Und für den Fall, dass ihr jetzt an den Film Idiocracy erinnert wurdet, dann muss ich sagen, ja, ich auch. Wurde ich auch. Rockmusiker Kid Rock heizte den Saal übrigens an. Auf der Ehrentribüne saßen zahlreiche Mitglieder der Trump-Familie, darunter auch seine Tochter Ivanka, die sich aus dem Wahlkampf ihres Vaters ansonsten heraushält. Auch Ehefrau Marlina Trump kam zum Abschluss des Parteitags. Auch das ein seltener öffentlicher Auftritt. Der ganze Parteitag schien minutiös und professionell durchgeplant. Nur eine sprengte am Ende den Rahmen. Trump selbst mit der wohl längsten Dankesrede der Parteigeschichte. Kid Rock auch noch. What's he gonna do, brother? Weltweite Störungen bei Computersystemen. Fluggesellschaften, Banken, Medienhäuser. Deutschland ist massiv betroffen. Die Störung könnte mit einem fehlerhaften Software-Update zu tun haben. Eine IT-Panne hat weltweit massive Störungen verursacht. Zahlreiche Branchen, darunter Fluggesellschaften, Banken, Medienorganisationen oder Behörden, unter anderem in Australien, Neuseeland, den USA, Europa, meldeten große Probleme. Welches Ausmaß sie haben, ist derzeit noch nicht ganz klar. Auch Deutschland ist betroffen. Bemerkbar macht es sich unter anderem stark im Flugverkehr. Am Hauptstadtflughafen BER in Schönewelt starten und landeten über Stunden keine Maschinen. Der Airport sprach in einer Mitteilung von einer technischen Störung, die zur Verzögerung in der Abfertigung führe. Kurz nach Beginn der Sommerferien wurde auch am Flughafen Hamburg Probleme gemeldet. Computersysteme von vier Fluggesellschaften seien betroffen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Es handelt sich um Eurowings, Ryanair, Viewing, Turkish Airlines. Die Fluggesellschaften stellten die Tickets zwischenzeitlich sogar händisch aus. Ebenfalls betroffen waren auch die Flughäfe in Düsseldorf, Köln, Memming und Nürnberg. Probleme gab es nicht nur im Flugverkehr. Das Leswig-Holsteinische Universitätsklinikum sagte für heute alle geplanten, nicht lebensnotwendigen Operationen an ihren Standorten in Kiel und Lübeck ab. Auch die Ambulanzen bleiben geschlossen, teilte die Klinik auf ihrer Homepage mit. Der Versorgung der Patientinnen und Patienten im UKSH ist gesichert, ebenso die Notfallversorgung. Auch Supermärkte berichten von Störungen, etwa die Kette Tegut. Hier gäbe es auch Schwierigkeiten mit den Kassensystemen, berichtete der Hessische Rundfunk. Demnach meldete auch der Frankfurter Dienstleister Wiesag, die Kassenärztliche Vereinigung Hessen und das Jobcenter in Bad Homburg Probleme. Auch andere Geschäfte bundesweit waren betroffen und konnten teilweise nicht öffnen. Keine Softwareprobleme meldeten nach ersten Erkenntnissen die Deutsche Bahn. Die braucht auch keine Softwareprobleme, damit der Laden nicht funktioniert. Alle Systeme liefen reibungslos, der Zuverkehr sei in keiner Weise beeinträchtigt, also zusätzlich beeinträchtigt, sagte eine Bahnsprecherin auf Anfrage. Endlich zahlt es sich mal aus, dass man auf Windows 3.1 die Systeme laufen hat. Endlich zahlt es sich mal aus. Ja! Die genaue Ursache der IT-Störung ist noch unklar. Der mögliche Ausgangspunkt könnte aber ein Problem der US-Sicherheitsfirma CrowdStrike sein. Bei der Kundendienst-Hotline des Unternehmens aus dem USA-Bundesstaat Texas lief eine Aufnahme, in der das Unternehmen mitteilte, dass es zu Abstürzen des Betriebssystems Microsoft im Zusammenhang mit einem Update des firmeneigenen Antivirenschutzes Falcon kommen könne. Auch der IT-Experte an der Kopenhagen Business School, Jan Lemnitzer, geht davon aus, dass es sich nicht um einen Hackerangriff, sondern um ein Softwareproblem einer Cybersicherheitsfirma handelt. Oh mein Gott! Also an dieser Stelle möchte ich ganz kurz mal den Aktienverlauf von CrowdStrike vielleicht mal einblenden. Sieht so aus. Ist nicht gut. Autsch. Autsch, aber auch verdient. Aber auch verdient. Dafür spreche, dass es in Australien begonnen habe, sagte er bei der Tagesschau. Denn dort beginne der neue Tag als erstes und wenn es Probleme bei einem Software-Update gebe, dann tauchen sie an diesem Ende der Welt als erstes auf. Zitat, dann rollen sie mit der ersten aufgehenden Sonne weltweit aus und so führt dann ein fehlprogrammiertes Update dazu, dass in Amerika kein Flugzeug mehr fliegt. Unternehmen könnten sich kaum davor schützen, wenn es Probleme beim Softwareanbieter gibt, erklärte IT-Experte weiter. Es sei aber sinnvoll, für solche Fälle einen Plan B in der Schublade zu haben. Die Behörden in Großbritannien und Frankreich gingen nach bisherigem Stand ebenfalls nicht von einer Cyberattacke aus. Auch international waren die Auswirkungen der Panne nicht nur, aber besonders an Flughäfen zu spüren. Wie in Deutschland kam es in vielen Städten der Welt zu Flugausfällen, Verspätungen und Verzögerungen bei der Abfertigung. So etwa in Sydney, Hongkong, Neu-Delhi, Dubai, Amsterdam oder Zürich. Oh, Gottes Willen. Microsoft-Nutzer kannten nicht mehr wie gewohnt auf ihre Programme zugreifen. Nachrichtensender in Australien, darunter ABC, Sky News, konnten ihre Fernseh- und Radiokanäle nicht ausstrahlen und meldeten plötzlich Abschaltungen von Windows-basierten Computern. Imagine, was das für Auswirkungen hat. Also, oh mein Gott. Also, wenn es sich tatsächlich herausstellt, dass es sich um ein fehlerhaftes Update einer Cyber-Security-Software handelt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, das kannst du dann direkt zumachen, den Laden. Also, den kannst du zumachen, den Laden. Das wird unheimlich teuer. Auch an den Börsen, etwa in London und Singapur, kam es zu Einträchtigungen. Oh mein Gott, die Mädchen. In Großbritannien gab es zudem Störungen an der IT des Gesundheitssystems, über welche Arztpraxen Termine verwalten. Auch im Bahnverkehr kam es dort zu Behinderung. In Südafrika waren zahlreiche Bankautomaten außer Betrieb. Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Paris, die in wenigen Tagen beginnen, berichtet, die Technikausfälle erschweren die Vorbereitungsarbeiten. Mein Gott, oh mein Gott. Wegen der Probleme berief die australische Regierung eine Krisensitzung ein. Die australische Regierung arbeitet bei diesen sich entwickelnden Ausfällen eng mit dem National Cyber Security Koordinator zusammen, zitierte die Zeitung Sydney Morning. Alter, das Ausmaß. Ich habe dazu auch schon einen Hotfix gelesen, der aber nicht remote ausgeführt werden kann. Das bedeutet, Systeme, die betroffen sind, müssen händisch in die Windows System 32 Treiberkategorie rein und eine Systemdatei identifizieren und sie löschen. PC für PC. PC, oh mein Gott. Alter, ich möchte ganz kurz die Zeit nutzen und meine Hände falten und ein Stoßgebet an alle IT-Supporter heute rausschicken, die jetzt von PC zu PC gehen und die SYS-Datei C0000291 entfernen, um da sicherzustellen, dass der Rechner wieder geht. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Oh mein Gott. What the f- Alter, 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 ei, 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 crazy. Das ist crazy. Das ist wirklich sehr verrückt. Gesamtmetall-Chef Wolf. Rente mit 70 ist bei Bürojobs zumutbar. Er sagte dem SWR, ein Fabrikarbeiter, der sehr hart arbeite, werde nicht bis 70 arbeiten können. Jemand, der in einem Büro sitzt, allerdings schon. Um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands zu erhalten, müsse wieder mehr gearbeitet werden und nicht weniger. Forderung nach einer 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich lehnte Mr. Wolf ab. Die Arbeitszeit von 35 Stunden in der Metall- und Elektroindustrie könne man nicht weiter senken, meinte ich. Arbeiten bis 70, ja? Klar, Digga. Klar. Kein Problem. Ah, dieser Arbeitgebervertreter, toll. Da weiß man einfach, dass man einen zukunftsorientierten Verstand hat. Arbeiten bis 70 im Büro. Schön bettlägerig da rein. Hauptsache, die schieben dich an den PC. Das ist ja kein Problem. Klimaaktivistin muss für ein Jahr und vier Monate ins Gefängnis. Das Amtsgericht Tiergarten hat eine 32-jährige Aktivistin der letzten Generation zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Sie hatte sich mehrfach auf der Fahrbahn festgeklebt und Gebäude mit Farbe besprüht. Eine 32-jährige Klimaaktivistin der Gruppe Letzte Generation ist wegen mehrerer Aktionen in Berlin zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monate ohne Bewährung verurteilt worden. Sie wurde wegen Widerstands gegen Verstreckungsbeamte, Nötigung, Sachbeschädigung schuldig gesprochen, wie eine Sprecherin des Amtsgericht Tiergarten am Mittwoch mitteilte. Die Strafe sei ohne Bewährung verhängt worden. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Laut Anklage hatte sich die Beschuldigte zwischen Oktober 2022 und Februar 2023 in fünf Fällen auf Fahrbahnen bzw. auf sogenannten Verkehrszeichenbrücken festgeklebt und damit gemeinsam mit anderen Aktivisten für Straßenblockaden gesorgt. Am 7. März verübte sie zudem eine Farbattacke auf ein denkmalgeschützte Fassade des Bundesverkehrsministeriums, wofür die Gruppe eigens ein Feuerwehrfahrzeug angemietet hatte. Die Entfernung der orangenen Farbe kostete 7.400 Euro. Eine weitere Tat folgte laut Staatsanwaltschaft am 22. April. Damals besprühte die 32-Jährige gemeinsam mit einem weiteren Aktivisten das Schaufenster eines Bekleidungsgeschäfts auf dem Berliner Kurfürstender mit orangener Farbe. Nach Gerichtsangaben waren es nicht die einzigen Straftaten, an denen sich die 32-Jährige beteiligt hatte. Sie sei bereits wegen anderer Aktionen der Klimagruppe von Gerichten in Hamburg und Berlin zu Geldstrafen verurteilt worden, betonte die Sprecherin. Diese seien im aktuellen Prozess nicht in die Gesamtstrafe einbezogen worden. Also das hat keine Rolle gespielt. Bislang sind nur wenige Aktivisten und Aktivisten der letzten Generationen mit Freihensstrafen ohne Bewährung belegt worden. Meistens wurden Geldstrafen verhängt. Im September 2023 wurde eine zu der Zeit 41-Jährige zu einer achtmonatigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. Die Frau hatte im Zeitraum vom 10. Oktober bis 19. Oktober an mehreren Straßenblockaden der letzten Generation teilgenommen. In zwei Fällen hatte sich laut Gericht mit Klebstoffen an Fahrbahnen festgeklebt. In einem Fall sei es bei dem Versuch geblieben. Nach einer Farbattacke auf das Brandenburger Tor in Berlin wurden im April drei Klimaaktivisten der letzten Generationen wegen gemeinschaftlicher Sachbeschädigung zu jeweils acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Beschuldigten hätten durch das Aufbringen der Fahrbekosten in 110.000 Euro verursacht, hieß es bei der Begründung zum Amtgericht. Eine 32-jährige Klimaaktivistin, die sich in fünf Fällen auf eine Fahrbahn geklebt hat, einmal das Bundesverkehrsministerium mit einer Farbe beschmiert hat und ein Kurfürstendamm-Bekleidungsgeschäft mit orangener Farbe besprüht hat, wird zu einem Jahr und vier Monaten ohne Bewährung ins Gefängnis geschickt. Ich habe vor nicht langer Zeit einen Artikel gelesen, wo ein Angriff auf einen Politiker, ein physischer Angriff auf einen Politiker mit einer Geldstrafe in mehrerer Hunderten Euro abgeschitten wurde. Das ist komisch. Ich finde das sehr, sehr komisch. Wir hatten vor einigen Zeiten mehrere tausende Demonstranten, die mit Treckern die Infrastruktur Deutschlands blockiert haben, nachhaltig, die beklatscht wurden und die genauso Nötigungen ausgeführt haben. Aber von Verurteilungen diesbezüglich liest man irgendwie nichts. Ich verstehe also nicht, warum immer wieder diese Klimaaktivistinnen ins Gefängnis gehen, aber wir grundsätzlich irgendwie bei so, also, dass wir so ein komisches Verhältnisproblem haben. Das kann ein Justizproblem sein, aber es ist vor allen Dingen ein Gesellschaftsproblem in der Wahrnehmung. Warum schickt ihr die ohne Bewährung in den Knast, Alter? Also, ich meine, dass die eine Haftstrafe auf Bewährung kommt, ist ja jetzt auch schon hart. Aber ohne Bewährung? Ohne Bewährung? Das ist vollkommen komisch. Also, ich meine, man muss ja jetzt nicht sagen, dass es alles nicht, dass es alles nicht eine Straftat hat. Es geht ja gar nicht darum, da zu sagen, ja, Nötigungen sind Nötigungen und hier Sachbeschädigungen sind Sachbeschädigungen. Aber warum schickt ihr die denn ins fucking, warum schickt ihr die denn ins Knast, Alter? Ich hoffe, also, ich hoffe, sie geht in Berufung beziehungsweise in Revision und kriegt dann noch eine Strafe, die nicht in den Knast schickt, Alter. Also, es gibt ja überhaupt keine Rahmenbedingungen, besonders, weil man ja sehen kann, dass die aktivistischen Bestrebungen der letzten Generation sich förmlich, also die förmlich eingestellt wurden. Und wenn sie schreiben, dass die vorherigen Straftaten nicht in die Gesamtstraftat mit eingeflossen sind, ja, dann kann man ja nicht mal Wiederholungstäterin schreien oder was. Also, das ist ja wild. Also, das halte ich ja für vollkommen unverhältnismäßig. Also, vollkommen, vollkommen unverhältnismäßig. Die Ampelkoalition will die Staatsleistung an die Kirchen ablösen. You heard me right. Die Parteien der Ampelkoalition halten an ihrem Ziel fest, die Ablösung der Staatsleistung an die Kirchen noch diese Wahlperiode auf den Weg zu bringen. Der Beauftragte für Kirchen- und Religionsgemeinschaften der SPD, Castellucci, sagte dem evangelischen Pressedienst angesichts der Kirchenaustritte, könne die Staatsleistung auf lange Sicht immer weniger gerechtfertigt werden. Die religionspolitische Sprecherin der FDP meinte, mittelfristig wäre die baldige Ablösung günstiger als die Fortsetzung der Staatsleistung. Grünfraktionsvize betonte es seinem Interesse aller Beteiligten, den Verfassungsauftrag nach weit über 100 Jahren endlich zu erfüllen. Er bezog sich dabei auf das Grundgesetz, das einer aus dem Weimarer Reichsverfassung übernommenen Auftrag, die Zahlung abzulösen. Die katholische und die evangelische Kirche erhalten Staatsleistungen von mehr als 600 Millionen Euro pro Jahr als Entschädigung für die Enteignung ihrer Güter, Grundstücke im Zuge der Säkularisierung, vor allem Anfang des 19. Jahrhunderts. Endlich! Und für den Fall, dass man, jetzt muss man erstmal verstehen, warte mal, was für Staatsleistungen? Habe ich hier extra Artikel. Warum der deutsche Staat die Kirchen mitfinanziert? In Deutschland sind Staat und Kirche im Grunde getrennt. Trotzdem zahlen die Bundesländer jedes Jahr hunderte Millionen an die Kirchen. Jetzt will die Bundesregierung die Ablösung der Staatsleistungen an die Kirchen auf den Weg bringen. Noch in dieser Wahlperiode. Lass uns Fragen klären. Warum bekommen die Kirchen Geld vom Staat? Die meisten dieser Staatsleistungen gehen zurück auf das Jahr 1800. You heard me right. 1803. 1803. Damals wurden zahlreiche Kirchengüter auf rechten Rheinseite enteignet und verstaatlicht. Nutznießer waren deutsche Reichsfürsten, die damit für Gebietsverluste an Frankreich auf der linken Rheinseite entschädigt wurden. Die Fürsten verpflichteten sich im Gegenzug, den Kirchen regelmäßige Unterhaltszahlungen zu leisten. Diese altrechtlichen Staatsleistungen umfassen Geld und Sachmittel, in manchen Fällen aber auch über Namen der Besoldung von Bischöfen, Domherren, Zuschüssen von Pfarrgehältern. Diese Zuwendungen wurden spät von deutschen Ländern übernommen. Teils in pauschalisierter, vereinfachter Form. Seit Wiedervereinigung 1990 erhalten auch die Kirchen in Ostdeutschland wieder diese Zahlungen. Wie viel Geld bekommen die Kirchen denn vom Staat? Für die beiden großen Kirchen zusammen machen die Staatsleistungen jährlich etwa 600 Millionen Euro aus. Davon gehen rund 60 Prozent an die evangelischen Landeskirchen. Die Beiträge fallen dabei je nach Bundesland sehr unterschiedlich aus. Durch diese Staatsleistungen zahlen auch diejenigen Steuerzahler für Glaubensgemeinschaften, die damit gar nichts zu tun haben. Und das werden Jahr für Jahr mehr. Diese historisch bedingte Zahlungen werden also von Steuerzahlern aufgebracht. Darüber hinaus haben die Kirchen das Recht, von ihren Mitgliedern Beiträge Kirchensteuer zu erheben. Diese werden über staatliche Finanzämter eingetrieben, wofür die Kirchen Gebühren zahlen. Im Jahr 2023 haben beide große Kirchen in Deutschland über die Kirchensteuer 12,5 Milliarden Euro eingenommen. Ich würde sagen, wir enteignen die nochmal, Digga. Also ich schlage vor, direkt nochmal rein in eine maximale Enteignung. Tretet aus der verfluchten Kirche aus. Denn die wird ja so oder so schon finanziert. Das bedeutet, ja, es ist eine Doppelfinanzierung. Jemand, der die Kirchensteuer bezahlt, jemand, der die Kirchensteuer bezahlt, bezahlt auf der einen Seite seinen Teil zu 12,5 Milliarden Euro und auf der anderen Seite durch die allgemeine Steuerzahler-Existenz nochmal zusätzlich on top kollektiv 600 Millionen. Da fließen also 13 Milliarden Euro. Warum will die Bundesregierung die Staatsleistung an Kirchen denn ablösen? Das Grundgesetz enthält einen aus der Weimarer Reichsverfassung übernommenen Auftrag, diese Entschädigungszahlung abzulösen. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag sagte, Zitat, es ist und bleibt im Interesse aller Beteiligten, der Länder wie auch der Kirchen, den Verfassungsauftrag nach weit über 100 Jahren endlich zu erfüllen. Möglich wäre dies durch etwa Einmal- oder Rattenzahlung. Der Bund müsste Rahmenbedingungen zur Ablösung gesetzlich regeln, konkret über die Modalitäten. Der Beauftragte für Kirchen und Religionsgemeinschaften, der Castellucci, sieht noch einen weiteren Grund dafür, dass die Staatsleistungen an Kirchen abzulösen sind. Angesichts der Kirchenaustritte können Staatsleistungen auf lange Sicht immer weniger gerechtfertigt werden. Diese Ablösung kostet nochmal Geld übrigens. Das ist absolut irre. Aber dieses Geld ist dann die letzte Zahlung. Es ist die letzte Zahlung. Und ich bin wirklich dafür, keine weiteren verpflichtenden Zahlungen hinsichtlich dieses strukturellen Unterdrückervereins mehr leisten zu können. 1803. Eine Vereinbarung aus dem Jahre 1803, weil ihr da reingeboren wurdet. Und das ist natürlich scheiße, weil man hat das ja irgendwie von seinem Elternhaus mitbekommen, da hat er gar keinen Einfluss darauf. Dann nehmt euch die Zeit. Nehmt ein paar Euro zu hin und tretet aus der Kirche aus. Tretet aus der Kirche aus. Denn das ist natürlich vielleicht online nicht möglich, aber das ist einfach eine Maßnahme, die unbedingt erforderlich ist. Tretet aus. Tretet aus.